Ja, hallo liebe Leser, wir sind jetzt hier gerade auf dem Stand der Firmen Agro Buchtal und Jasper und der Leiter Public Relations, Werner Ziegelmeier, wird uns jetzt in einem schnellen Durchgang kurz die Produkte und Neuheiten des Unternehmens vorstellen. Ja, wir legen los mit der Marke Jasper und zwar einer Neuheit, die nennt sich Pattern Dekor Salina. Sie sehen schon an der Optik, das Ganze erfüllt den Trend des Mustermixes gemischt mit interessanten Farben. In dem Fall orientiert sich das Ganze an der Farb- und Formensprache der Töpferkunst der Ligurischen Insel. Die zweite Neuheit nennt sich Carpet. Sie sehen schon an der Optik und am Namen, dass wir die Intention damit haben, keramische Teppiche zu wieben. Das heißt, obwohl das Material hier an der Wand gezeigt ist, ist es gedacht als besonderer, vornehmer Bodenbelag.